Hallo, willkommen zum Kurzwetter hier bei wetter.net. Ab Montag gibt es überall in Deutschland Sonne satt, einen wolkenlosen Himmel. Und das bleibt mindestens bis einschließlich Freitag so. Und das heißt, mit dem Sonntagmorgen mit eingerechnet und der gesamten kommenden Woche erwarten wir bis zu 72 Sonnenstunden in dieser Woche und das bis zum kommenden Freitag. Und wahrscheinlich wird auch das nächste Wochenende sonnig und trocken weitergehen. Ein richtig traumhafter Frühling für die meisten von uns, aber natürlich nicht für alle. Denn die Natur und die Landwirtschaft, die könnte schon deutlich mehr Regen gebrauchen. Und die Waldbrandgefahr, die wird im Verlauf der Woche auch immer weiter ansteigen. Aber das Hochpeter bleibt uns stabil erhalten und das in der gesamten kommenden Wetterwoche. Ich wünsche noch einen schönen Samstagabend. Tschüss, bis bald hier beim Kurzwetter von wetter.net. Ciao.